also leute heute wollte ich euch zwei sachen über meinen m1 40 sagen und zwar zwei sachen die ich über den f20 nicht wusste beziehungsweise über den 1 40 und zwar zum einen wenn ich einen gang runter schaltet zum beispiel von den dritten in den zweiten also das macht aber eben gang oder vom sechsten in den fünften gibt es auto von alleine zwischen das ganze ist ein programmiert also viele leute kennen es wenn man einen gang unterschaltet dass man da zwischen gas gibt und ja das ganze ist hier bei dem m1 40 einprogrammiert er macht das ganze von alleine vielleicht bin ich euch kurz was ein und zum anderen wusste ich nicht das ist unter dem handschuhfach einen zweiten zigarettenanzänder gibt der befindet sich gleich unten ist wahrscheinlich gedacht für für das laden vom navi was eigentlich keinen sinn ergibt weil das auto ja sowieso die navigation hier vorne drin hat und ja ansonsten ist ein geiles auto ich bin zufrieden das war es auch schon wenn euch das video gefallen hat lassen leiter lassen kostenloses aber da und wir sehen uns beim nächsten bis zum nächsten